Gobbled ist ein Brettspiel für zwei Spieler von Thierry Denual. Es erschien 2001 bei Blue Orange Games, 2003 bei Gigamic und 2006 bei Hoog & Friends. Gespielt wird auf einen 4x4 Felder großen Brett. Die zwei Spieler setzen abwechselnd einen ihrer 12 Steine. Dabei sind die Steine unterschiedlich groß und hohl, sodass größere Steine kleinere verdecken können. Gewonnen hat, wer es schafft, mit vier Steinen seiner Farbe eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe zu bilden. Das Spiel ist von der Taktik geprägt und dauert etwa 15 Minuten. Regeln Jeder Spieler erhält drei Sets je vier Gobbleds der in der Art der Matroschka-Puppen ähnelnden Spielsteine. Diese stellt er neben dem Spielbrett auf und nun sind die Spieler abwechselnd am Zug. Jeweils ein Gobbled-Duff bewegt, das heißt entweder neu ins Spiel gebracht oder gezogen und wenn das Feld vom Gegner besetzt ist, durch Überstülpen gezogen werden, zieht man einen Stein weiter. So wird der darunter befindliche wieder frei. Da die Regel berührt geführt gilt, verschafft man damit manchmal seinem Gegner einen Vorteil. Varianten 2003 entwickelte die Firma Gigamic & Blue Orange Games die Version Gobbled Junior, die das gleiche Spiel auf einem 3x3-Felderbrett für jüngere Teilnehmer ermöglicht. Auszeichnungen Gobbled erreichte 2003 den 3. Platz beim Schweizer Spielepreis in der Kategorie Familienspiele sowie 2004 bei dem in Frankreich vergebenen Spielepreis Jeux de l'Ennidie Finalrunde